Jetzt nicht übermütig werden hier. Das muss nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Was ist das? Jetzt ist es nicht mehr, haben wir die Länge gezogen. Nein, hier hat niemand was gesehen. Nein, habt ihr nicht. Der schläft nur. Mahlzeit, ja moin, na du, mein Guder, alles gut bei dir. Warum sind das keine Kameras? Ich möchte da jetzt auf jeden Fall nicht rüberklettern. Genau deswegen nicht, weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die nervigen. Hallo, ich kann allein. Aber hier ist nichts drin, warum ist hier nichts drin? Ja, soweit und selbst. Ja, bei mir auch kommen die Beschwerden. Was ist hier jetzt drin? Geldautomaten, die nicht funktionieren, die ich auch nicht hacken kann? Toll, danke schön. Danke für nix. Aber das ist wahrscheinlich, damit man sich hier verstecken kann. Also, ein relativ cooles Versteck eigentlich. So, das Problem ist, jetzt wissen die natürlich, dass ich hier bin. Oh, ich weiß nicht, wo der ist. Ich will wissen, wo der ist, der Typsy hier. Oh, ich weiß nicht, wo der ist. Oh, ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Oh, oh, oh. Ich bin bereit. Wie wäre es, wenn du einfach wieder weggehst? Bleib mal wach hier draußen. Also ich finde, hier ist nichts, hört sich doch gut an. Das war unauffällig. Ich bin nicht da, wo das Feuer ausgebrochen ist. Oh, warum ist denn da jetzt so ein Riesenfeuer? Der Fenner spielt mit uns. Lasst euch los, nicht immer rumwinden. Hier ist Garmin. Ich bin mal da drüben nach. Ich meine, sind sie so nett und gucken wirklich nicht dahin, wo das Feuer ist. Ja, das Problem ist, man muss halt irgendwie da rüber, ne? Tut mir ein bisschen leid, der Arme. Okay. Okay. Hey, hey. Wie komme ich denn jetzt da hin? Ich bin halt ehrlich, die sind natürlich jetzt alle in Alarm, ne? Das ist alles maximal nervig, was hier jetzt gerade passiert ist. Okay. 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 Ich mag ihn nicht hergehen. Okay. Mein Gott, ey, gut, dass das gar nicht nervig ist, was man hier machen muss, ey. Was soll irgendwie da rüberkommen? Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guck mal, ob die ihn mit einer Granate erwischen. Runter! Ah, verdammt, er ist angeschossen. Jo, hol meine Granate raus. Die Kugel werden ich schon finden, motherfucker! Warum kommst du nicht auf? Los, zeigen wir dem Wichser mal die Finger! Ja! Mann, das ist Mike, perfekte Scheiße, Kahn! Ich habe ein paar Clips von seinem Stream schicken. Ja, du kannst es auch lassen, bitte. Danke. Ich bin weg. Du kannst aufhören. Hallo? Nerf nicht, komm, bitte. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ich gucke jetzt wieder woanders hin, weil ich sehe den roten Strahl nicht mehr. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ich hab nix gemacht, ultra nervig. 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 Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht, ultra nervig. 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 Das war's für heute. Irgendwie sind die ein bisschen dämlich, oder? Also ich meine, wenn ich weiß, da ist so ein Dude. Der schießt auf uns, auf mich. Und es gibt da eine Stelle. Und es gibt da eine Stelle. Stolper nicht über deinen Rock, Bitch. Moinig. Stolper nicht über den Rock. Und das war's. Wir haben auch gearbeitet. Ja. Wir haben auch gearbeitet. Ja, so mehr oder weniger war ich da, ja. Oh, 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 oh. Oh, da ist ja noch einer. Entspannend hier durchzulaufen. Ach man, ich wollte das doch hören. Ach man, ich glaub ich jetzt, ne, gibt's halt nicht mehr. Das gibt's jetzt nicht mehr. Ach man, so hat er eine Gwamma hier.